Hallo und Willkommen zurück zu Pikmin 3 Deluxe, mit unseren Feen, auch bekannt als Grönland, mit den Feen-Pokémon, ja. Die Eishütte der Verzweiflung. Oh, da haben wir sogar noch welche gelassen. Mein Gott, die formieren sich ja ganz schön. Ja klar, du hast ein Game. Ah, du willst bei einem Game bleiben? Okay. Bisschen Mischi Mischi. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hin sollten. Ist überall alles Grün am Leuchten, was zu Hause. Das ist alles Gegner, aber hier sehen wir, also ich gehe erstmal ins Wasser, da die Sonne bei 49 fliegenden. Ja. Ah, der ist elektrisch, den will ich nicht kämpfen. Hm, okay, ich kann ihn wahrscheinlich gar nicht gescheit angreifen. Da kommen sie, glaube ich, drunter durch, ohne dass sie sich da irgendwie verhedern. Der Elektron ist tot. Oh, oh mein Gott. Solche Gegner. Könnt ihr die, weil die in der Luft ist, oder geht das nicht? Ähm, ne, 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 die fangen da an zu ertrinken, das, äh, hauptsache nicht hin. Ob ich die, glaube ich, nicht callen müssen, ich glaube, die machen das was selber. Ah, oh mein Gott. Ah, die haben den Schnee überlebt. Okay, gut. Ich habe die getötet. Kann ich die nehmen mit denen, aber das sind sie, ich glaube, die sind zu weit im Wasser. Okay, ja. Guckt euch mal um die Frucht. Na, ich war ernst. Die ist zu weit, die ist zu weit ins Wasser gefallen. Ja, okay. Soviel zu der Frucht. Ich konnte sie runter, ja, die hin. Aber als sie sie runtergeschmissen haben, ist sie halt komplett abgesunken. Die haben nicht drauf geachtet, dass sie da noch ankämen. Okay. Okay. Kann ich einfach mal hier hingehen. Ach so. Ähm. Okay. Kamen alle oben drüber. Ach so, da müsste man Steine hochschleudern. Ähm. Okay. Da war ich gerade oben, das nützt dir wirklich gar nichts. Wieso da, du siehst doch da auf der Map, dass da was ist, da müssen wir hin. Ja, okay, dann hüpf da jetzt mal rüber, aber das nützt dir trotzdem nichts. Ja, das nützt mir nichts. Okay. Da hast du recht. Darum geht es mir nicht. Wir sind ja hier hoch. Wo der da ist. Wo der da ist. Oh. 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 Oh, oh. Oh, die Leute sind immer so fett. ist da noch einen anderen weg in diese oberes areal außen rum hüpfen so wie es ausschaut hier irgendwie wo du gerade rum rein rennst. ja ich komm da aber selber nicht rüber, das ist das merkwürdige oh shit, noch mehr! greift's ihn an! ich glaube ein pigmen wurde entführt, aber was soll's ich gebe dir mal eine armee wie sind die eigentlich einfach hier rüber gerannt gerade von dir? ich hab die wahrscheinlich gerade gecallt ja, aber man benutzt ja diesen, man muss diesen baumstamm eigentlich benutzen es ist voll unlogisch, dass die da jetzt einfach rüber gerannt sind ich kann hier nicht einfach rüber gerannt hallo, hängt noch ein frei? ja, dann will der nicht zu mir okay, warte mal ich muss das da machen, oder? ja okay fliegt ich hab doch 19 geschmissen ach na also okay, ich wusste nicht, dass hier die Elektro-Hündchen sind hätte ich das gewusst, dann hätte ich Elektros auch gleich geschmissen aber ich glaube, ich hab sogar noch welche bei meinen Leuten die kann ich glaube ich gleich schmeißen ah, okay so viele wollte ich jetzt gar nicht ich muss nur kurz irgendwie meine Dinge entziehungsweise ablagern, dass sie nicht angegriffen werden weil genau, ich hab hier auch einen EINEN! ja, okay egal, der reicht der eine reicht ja, hallo das Ding geht nicht mehr hoch genug so ich sag, der eine reicht komm her so töte ihn okay ist gar nicht so wichtig bei denen ne ist auch was jawohl ich brauch mehr Leute hier oben eigentlich ich hab möglicherweise eine Zitrone holen können okay die eigentlich außer Reichweite ist da oben ich hab möglicherweise eine Zitrone holen können okay die eigentlich außer Reichweite ist da oben was ist die jemals den Rückweg führen? okay, warte, ich muss das hier genau managen weil ich nicht so viele habe genau, jetzt sind da genau sieben dran hier vier äh shit ja, was denn? was sagst du? ja, immer wenn ich pflücken will ja, dann stell dich halt nicht genau unter die Zwiebel ah, die Dinger spawn halt hier ja, aber du musst, stell dich nicht unter das Licht ja, scheiße ich krieg die darüber oh, krieg ich sogar noch hin ein paar zumindest oh shit das ist mir nicht runtergefallen, das war ja echt nett ach, nein, jetzt hab ich die ganzen Welt mal gehen ach, nein, jetzt hab ich die ganzen Welt mal gehen hallo, bei uns ist die mir nicht mitgelaufen ich hab mit mir gesprungen sehr verwirrend Kann ich hier vielleicht irgendwie tricksen? Nein Ich brauche wieder dich, oder so Hast du nicht zwei Charaktere dabei? Ja, aber ich brauche im Endeffekt drei, um das durchzuführen Okay, wo genau bist du? Gerade beim Pflücken Das ist aber, glaube ich, auch ein ganz anderes Ende der Map, oder? Was machst du da, da ist nichts mehr Außer da eine Gegner Ja, das reicht, das geht so nicht Mensch, ich brauche dich! Okay, hier gibt es nichts mehr Ich bin runtergefallen, ich komme nicht allein wieder hoch Kannst du meinen Charakter automatisch dahin laufen lassen? Kannst du auch Das war der falsche Knopf Hä? Was hast du jetzt gedrückt? Ja, D, dachte ich Warum will jetzt nur noch meinen Controller? Nein Was hast du? Du hast einen Spieler, du hast bestätigt Keine Ahnung, du musst immer hinweg Minus drücken Okay, ich probier's mal Funktioniert nicht irgendein Knopf bei dir als Minus? Ja, genau der da! Wo bist du? Äh, nicht in der Kannst du ein bisschen besser scrollen? Ja, genau hier Hier bin ich Stand bei dir noch Pigments rum? Also ich werde mich jetzt nicht mehr bewegen Äh, was ist damit? Hä? Na, hier? Die transportieren ihren Scheiß schon alleine weg Die transportieren, achso, okay Wir haben alle was dabei Ja, sollten zumindest alle Deswegen bin ich ja bei Null Ich weiß nur nicht, warum du bei Null bist Aber ja, schon, schon okay Ah, okay Ich konnte hier ein paar mitnehmen Ja, weil ich die Pigmen sinnvoll abgelagert habe Hallo, was machst du? Ich find dich sonst nicht Wow, der den Weg jetzt nicht selber laufen kann Hier war ich heute schon mal Wo geht's denn weiter? Ja Okay Äh, ne, das ist nicht der richtige Schmeiß mich bitte hoch Hallo? Schmeiß... Ja, okay von mir aus, aber schmeiß mich bitte hoch Ja Ja Nein, nicht darüber Einfach nur hier rein Schwarm Schwarm Schick den Schwarm doch hinterhin Oh Das sind Flieger, die können darauf nicht springen Was ist das für ein Ding? Wieso braucht man da 30 Leute für? Weil da ist irgendwie lauter Holzspäne oder was weiß ich's Das sind lauter Teile Ja, sie wollen sie essen, das ist ja schon merkwürdig genug Ahhhh Oh, okay Das hätte ich ja vielleicht zuerst machen sollen Was baust du da? Einen wahrscheinlich besseren Hochweg Ja Ja Ein besseres Hochweg Jetzt checke ich endlich, warum da diese zwei Naja, warum das da so aussah Hi Du hast aber nicht irgendwo Pigments für mich gelassen, oder? Naja, nicht wirklich Ich schau mich über Es sind bei dem anderen Charakter noch Pigments Ah ja, da oben ist noch eine Palette Neck dir mal mit Ich habe halt eine Frucht, die ich mitgenommen habe Okay Hm Die Höhle? Wollen wir durch diese Höhle? Was ist das für ein Gate? Gut, hier ist auf jeden Fall ein Gate drin, ja Was haben wir hier überall eigentlich? Alles durch das Richter Hier oben ist auch ein Weg Mhm Der wohin führt, der anscheinend hier ist mit dem Wasser wieder connected Ja, oder andersrum, man muss beim Wasser anfangen Ah Eins von beiden, ha Eins von beiden, ha Oh Oh Okay, gut Was ist das denn für ein Gate? Ein Flieger-Gate Das habe ich noch nie gesehen Äh, sorry Ich brauche Ich muss kurz wissen, wie es völlig zu dir kommt Äh, ja, indem du halt hoch gehst Wenn du unbedingt her willst Öffnest du das Gate dann selber, ja? Hä Hä Okay Ah Eins, zwei, drei Hier ohne irgendwelche Probleme Oh mein Gott Oh 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 Wie bist du an den Feuerdingern vorbeigekommen? Vorbeigegangen? Vorbeigegangen Intelligent Kamen eine Flugdinger raus? Klingen die lang Ach was, die setzen das ab? Oder hast du dir jetzt gerade dazu gebracht? Äh, ich dachte, das war ich Ja, ich wollte eigentlich wissen, wie sie lang gehen Was? Sag mir doch, wenn du was aufhebst Was zur Hölle? Ich war grad komplett auf was anders fokussiert Wie kriegen wir das auf? Grundlagen? Nee Nein Ich schätze, im Raumschiff, Dennis Da ist es doch im Logbuch Hier sind übrigens Platten Ja, weil das Logbuch ist doch nur das, was wir die ganze Zeit schreiben Okay Mein Gott, Alter Warum sagst du mir denn nichts? Oh mein Gott, ich weiß doch nicht, dass du spammst Du gehst Oh, ja Steine Ja, ich war grad am Schmeißen War doch grad am Kämpfen Du bist fast neben dir Das siehst du aber, wenn ich am Kämpfen bin Ich hab nicht zu dir geguckt Ich hab leider gar kein Feuer, also können wir die Gegner Da vorne nicht wirklich ausschalten Die chillt da einfach Ich hoffe, die kommen da raus, die dich jetzt ausgeschickt hast Ich weiß nicht, welche hast du denn grad überhaupt geschickt? Was machen wir mit den Bomben hier? Die fliegen denn? Ja, die kommen da oben drüber Was machen wir mit den Bomben hier? Hat das irgendeinen Sinn? Können wir das Ding da raussprengen? Was ist das da? Ich hab jetzt von der Frage, kann die... Obwohl die so nicht vorher resistent ist, ist das ein bisschen doof, wenn die da leider lang werden Lang die da geraden Sind die alle tot? Was? Wo denn? Na, all diese Leichen hier Müssen wir alle noch einsammeln Ja, die Gegner sind alle tot Wenn du sagst, dass sie das müssen Dass wir sie einsammeln müssen Hast du noch einen fliegenden? Nein, keinen einzigen Die sind alle am rausfliegen mit den anderen Leichen schon Ja, das ist jetzt doof Keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert, wenn der eine Stein sich daran festhält Okay, was entscheidet euer Pathfinding? Wollt ihr durch die geschlossene Tür gehen? Ja, was macht der jetzt? Wieso? Es fehlen noch drei Wo sind die denn? Sind die noch auf dem Weg oder wo sind die drei? Hä? Da stehen einfach welche Warum stehen da welche? Sag mir mal, pick man hier irgendwie rauskommen Ach, bist du schon so weit draußen? Keine Ahnung, dachte schon Warte, du hast die Gegner getötet? Hä? Ja, hab' ne Bombe raufgeschmissen So, okay Äh, ist aber nicht mehr viel Zeit Und da sind 70 Dinger irgendwo Warte mal, warum sind jetzt 5? Herr Steine Achso, hängen die fest Achso, die sind auf der anderen Seite davon, okay Ich hoffe, die anderen 70 sterben nicht Was laberst du von 70? Ich verstehe nicht, wo du 70 liest Ja, oben rechts sind 5, ja Ja, also, wir haben zusammen nicht einmal 40 Aber es sind noch 100 auf dem Feld, also Ja, das ist die einzigen drei, die jetzt noch fehlen Sind die drei, die du vor einem da gesehen hast Wo du gerade auf dem Weg bist Ja, mal schauen, ob ich da nah genug dran bin Anscheinend nicht, weil Ja, du, nah genug dran Deine Entfernung ist egal, sie müssen dir folgen Du musst sie pfeifen Okay Was du jetzt nicht getan hast, aber gut, ich hab's auch noch nicht gesehen Also war nur noch zu weiter weg Ahja, da liegen noch ein paar so unten drinnen Aber die sind so sicher Oh Oh nein Nur 3? Ja genau, 3 waren da Oder, ich weiß nicht, ob die noch alle da waren Aber da war auf jeden Fall der gelbe davon Oh Oh, okay Nur zwei Früchte Heute waren wir schlecht Naja, die Früchte waren jetzt auch nicht so leicht zu kriegen Weil wo die platzieren waren Ja, Tag 13 Meinst du das hier? Ist das das? Ne, das ist die Map Das sind die Medaillen Was soll ich die Logbooks lesen? Aber wir sind noch nicht auf dem Schiff Nach gründlicher Beobachtung der Flügelpigmen kann ich sagen, dass sie nicht besonders gut im Kämpfen sind Doch da sie fliegen können, gibt es Aufgaben, die nur sie erledigen können Wir sollten gut auf Gelegenheiten achten, bei denen sie ihre besonderen Talente zeigen können Aber die haben doch den High Ground Aber die haben doch den High Ground Die können gar nicht verlieren, du hast recht Tag 14 Das da meinst du? Was? Das sind die Safe Games Jaha Äh, was ist Cockpad? Das da Aber da kannst du wahrscheinlich Ah ja, dann klick doch mal Da unten hast du fünf Sachen, wo neu steht Die gelben Dinger Das sind die Dinger, die wir einsammeln Olimar Hä? Ich dachte der heißt Hieß der Olimar? Ja, wieso? Okay, ja Olimars Tagebuch muss es ja zwangsgleich sein Also hier habe ich ein, was neu heißt Weiß nicht, ob das das war Das, wo neu dabei steht Mit dem Charakter tauschen Aber... Hä? Mitte links Ganz links Mittlere Zeile Aber was da Okay So, jetzt steht hier kein neu mehr stehen Aber das war... Okay, ist es das hier? Versprich mir, dass du mich mit auf dein nächstes Abenteuer nimmst Sonst schuldest du mir 100 Spielsachen Hoppla, diese Nachricht von meinem Sohnemann hatte ich völlig vergessen Es wird zuhause einiges an teurerer Wiedergutwacher befordern Dankeschön, oder? Ja, das war's doch wohl Ja, das war's doch wohl Die du weggeklickt hast Ja, dann haben wir sie doch lesen können Gar nicht so ein Problem Okay Drei wenige noch Das heißt, die machen wir nächstes Mal wieder hier weiter? Ja, da fehlt uns wohl am meisten Okay, gut, dann bewerten nicht vergessen und ciao Tschüss, Sikowski